Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Terraria! Ich glaub das hier ist Folge 3. Ja. Und ich... Mein Vater war gerade noch hier. Der hat die Tür offen gelassen. Nein! Mari, wo steckst du eigentlich? Äh, ich bin in der Richtung vom Eisgebiet gegangen. Und hab da richtig fette Höhle gefunden. Hab die Tür zugemacht. Also meine Zimmertür. Und jetzt gehe ich zur Höhle. Dann suche ich da Kisten in der Hoffnung, dass ich finde, was ich finde. Boah, es macht voll viel Spaß mit dem Jojo zu töten. Später, wenn du noch das Jojo-Beck hast, bist du richtig überpowered. Ich glaube, ich höre dich. Hi! Ja, du stehst ja auch neben mir. Ah! Ah! Hallo, ich sehe irgendwo eine Kiste. Ich hab Angst runterzuschauen. Ja, wir gehen jetzt einfach mal im Eisgebiet suchen. Auch wenn's nicht die Lasse Idee ist. Aber hey! Aber hey, was soll's? Den Alzahn nicht berühren mit der Spitzhacke. Du bist instant. Was für'n Ding? Das hier nicht mit der Spitzhacke berühren oder abbauen. Okay, was ist das? Das kannst du ja später im Hard-Mode abbauen mit einer bestimmten... oder Hammer. Du stirbst, wenn du das berührst. Stürb! Du musst auch mit den Jojo lenzen. Gott, hier ist noch einer. Ja, ich gebe mein Bestes, aber es ist so dunkel. Ich bin hell. Ich bin hier hoch. Okay, das Jojo ist auf jeden Fall bei der Lasse. Immer noch hoch. Was? Ich will hier immer noch hoch, aber ich komm hier nicht hoch. Ich bin da. Und hier ist nix. Geil, oh. Hat sich voll gelohnt. Aber wenigstens konnten wir es nachschauen. Oh, Kiste. Äh, ich bin ins Wasser gefallen. Du auch. Äh. Pass auf. Hier ist überall Eis. Wir können nicht sehen. Ich glaube, wir werden da trinken. Kiste. Äh. Ah, ich baue mich einfach hier rein. Hilfe? Ja, da unten. Hilfe! Wie komm ich aus dem Wasser wieder raus? Mardi, ich werde sterben. Ich auch. Oder doch nicht. Ja, ich lebe. Ich nicht. Tschüss. 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 Tschüssi. Du warst da unten einfach voll drin. Ich lebe noch. Ich hab mich rausgebaut. Ich bin Fischfutter. Okay. Und hier war gar keine. Ah, Fisch. Ich komm einfach irgendwie wieder her. Ja, ich hab mich grad gerettet und baue Gold ab. Tut. Tutur. Tutur. Hopp. 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 Problem ist, dass ich bei mir keinen Sound mache. Ah! So hast du bei dir keinen Sound? Ja, weil man das, glaube ich, sonst bei dir hört, oder? Oder eher gesagt, höre ich dich dann nicht, weil du zu leise bist. Achso, okay. Deswegen ist das ein bisschen problematisch. Bei mir ist der Sound sehr, sehr leise. Oh, scheiße, zwei Slimes. Nein, Hilfe. Äh, Heilung. Mann, ich komme. Nein, ich habe meine Läden in Sicherheit. Ich derbe. Hier ist auch noch ein Fledermacher. Ich komme. Okay, ich lebe. Falsche Richtung. Ah! Kommt noch ein Schleim. Stabschleim. Ja, hier, das sind so ein paar Fücher. Wir sollten uns auf jeden Fall erst mal das Erz zusammensuchen. Nein! Dann irgendwie gewinnen und die... Wand besitzen. Whatever. Äh, Marley, es könnte sein, dass ich schon wieder ertrinke. Oh, Mann. Wenn du aufs Eis drauf fällst, dann... Dann stürzt das ein. Okay. Ich bin aber... Ich bin wieder irgendwie ins Wasser gefallen. Ich sehe schon den... Ich sehe schon den Namen der Folge. Rabbids hat vergessen zu atmen. Ich bin echt zu blöd für dieses Schleim. Und von der letzten Folge, äh, Marley stürzt von der Klippe und von der ersten Folge, Rabbids stürzt von der Klippe. Genau. Und diesmal, Rabbids ertrinkt. Ja. Das sind sehr einfallsreiche Namen. Ja, aber ich verrate ja nicht, wie oft ich ertrinke. Vielleicht ertrinke ich jetzt sofort wieder. Vielleicht. Ah, vielleicht auch nicht. Nee, ich wollte mich jetzt ertränken, aber da geht's nicht rein. Und hier ist zu klein zu betrinken. Okay, ich komme einfach wieder. Und langsam kann ich die Steuerung. Äh. Oh, Wunder, Wunder. Das sieht aus wie ein Gesicht. Das ist mein Gesicht. Nee, äh, ich war hier gerade bei so einem Felsding und es sah aus wie ein Gesicht. Oh. Oh, du nennst den Pater einfach Felsgesicht. Es ist sein Gesicht? Es ist sein Fels? Wer weiß. Und ein Gesicht. Genau. Felsgesicht. Neue Beleidigung, du Felsgesicht. Hopp, dem Fels nicht. Anti-Mobbing gegen Felsen, die aussehen. Gut gemacht. Ha, ich lebe. Ich seh's. Scheiße, hier war ne... Oh, Mann, Falle. Ne Vergifteteilte. Oh, Gold, meins, 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 meins. Gold, 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 Gold. Okay. Ich glaube, ich verrägte gleich. Setz meine Farbe. Oder doch nicht. Hast du noch Heiltränke? Ich hab vier. Nur einen. Warte. Da oben kommt ein Slime. Und der ist runter. Oh, ups. Jetzt hast du einen genommen. Die andere passt. Danke. Äh, so. Ah! Die Klippen sind gefährlich. Ist das Slime gerade... Hat das Slime gerade das Selbstmord begangen? Na, die haben keinen Fall. Ah, okay. Der springt da noch unten. Oh, Light-Krissle. Den bekomm ich jetzt. Okay. Nimm. Ah! Es ist so dunkel. Ich kann dich nicht hören. Ah! Keine Ahnung. Oh, da sind diese komischen Slime. Aber der könnte eventuell den Niemelm. Okay. Ich bleib einfach dicht hinter dir. Und Rüstung sollten wir uns dann auf diesen komischen Künzen, oh, die hier, die goldenen, äh, die goldenen Karten, die roten Sachen sollten wir uns dann machen. Also die ist eigentlich relativ gut, aber dafür müssen wir erst abkriegen. Okay. Oh, nochmal den Slime. Ah, Mann. Dein Schwitzhab ist zu schlecht. aber ich liebe dieses juli ich werde dich mit dem juli beschützen das ohr mag ich nicht aber die bekommen wir auch später wenn wir das große auge besiegt haben was bekommen diese barren wollen wir uns dann später und später machen wir uns dann noch besser was alles leck gerade ja das ist ein skelett hat auf diesen richtig ich bin gerade verwirrt das ist zu viel das eis ding ist mit deinem jojo sollte ich nicht umbringen lassen das war eigentlich nicht der plan greifen jetzt wird es auch noch dunkel die sind so stark diese fliecher sterbe auch gleich hilfe nein ich habe nur noch aber neun leben hilfe mani verreckt mir hier ja nicht du bekommst das nächste jojo ich versuche so schnell wie möglich zu dir zu kommen oder bist du schon tot ich lebe noch das steht doch immer da unten ja ich passe nicht immer auf okay ich bin wieder geheilt ich kann dir versuchen gegen die komische tüten zu pennen was ich jetzt noch machen werde wenn er nicht so oh Gott nein Hilfe Hilfe hier hochkommen Hilfe es ist ein ich glaube ich glaube ich glaube ich glaube ich glaube ich glaube ja ich auch gerade ein fliedermäusen du musst das viel mit deinem jojo tüten dass du eine reichweite hat das passt auf das richtig stark ich sage doch es ist richtig stark erwarte ich hab's gleich tot ja ich hab's nicht gesehen ich hab's nicht gesehen warum ist das so traurig dass wir guck mal wir sind in der verkabelung zum anderen links zu kommen ich fahr mal mit dem okay ich versuche mal wieder zu dir zu kommen und wenn ich ja in der falle gestoßen ja ich bin hier noch ich bin hier noch ich habe keine Hälfte gehen Scheiße Skelett habe ich jetzt ernsthaft außerdem meinen kranken kann sein kann sein aber scheiße die Skelette sind so stark kommst du wieder zur Höhle oder sollen wir mal anlassen ja keine ahnung wir sollten eigentlich in so einer ganz normalen Höhle von diesem grüngebiet hier hin aber kommt einfach nicht wir sollten uns einfach nach unten grafen okay gute Idee vielleicht meint ihr hier bei dem Gesicht zum ersten mal eine Brücke ich bin gerade ernsthaft äh ich wollte gerade einen mit ich wollte gerade einen Zombie mit Steinen angreifen das ist sehr effektiv habe ich gemerkt ich musste mich hochbauen und dann war ich verwirrt weil ich angegriffen wurde Gott ich bin echt scheiße in dem Spiel bis jetzt ah ich bin nicht besser oh Gott ich will übermächtig werden oh mein Gott sind das viele Augen ja ich könnte ja auch gerade gegen einen großen Dämmen ey das sind Dämonen Augen sollen wir jetzt eigentlich sterben oh die stehen auf uns deshalb sterben die uns so an äh ich bin sag dir vor du gehst einfach mal in die Stadt denkst du nicht oh Sternchen ähm denkst du nicht willst du Brötchen oder sowas kaufen dann kommt so ein richtig fettes Dämonen-Auge um die Ecke dann würde ich einfach verweichen ist doch üblich das passiert mir jeden Sonntag also mir jeden Freitag aber stell dir mir vor das würde dir am Mittwoch passieren hm das wäre schlimm scheiße ah nein ich glaube ich nein die Banken rum alter die Banken extremst rum bei mir die Augen ich glaube ich äh kann sein dass ich mich selbst eingesperrt habe ja dann bau die Blöcke ab ne bin raus hab's geschafft Gott die waren gerade richtig für die ich habe eine Höhle hier unten gefunden ich habe eine Höhle hier unten gefunden ja du kannst zu mir aber nicht runter weil du sonst stirbst oh hä ich sag's dir auch noch wir sind so schlecht ich weiß ich werde gerade wieder getötet direkt am Spawn ah scheiße Falle Drei Fallen äh zwei äh Hilfe was geschieht es ist so dunkel und gefährlich dein Leben geschieht ne ein Leben mein Leben ist dunkel und gefährlich und ich hab die falsche Tasche gedrückt zum Laufen ich bin tot Rebett wurde durch äh Marley wurde durch da steht bloß Marley wurde durch das ist ja langweil ah scheiße deine Hand ich hab die Schluft überfällt ich hab die Schluft überfällt ah scheiße links rein ich bin einfach ihr seid Monster was machen wir auch nicht zu nein, ich lass ihn ja da machen Holster Eifer so hier sind wir erstmal sicher aber ich bin so sicher wie ich im Feuer stehe und qualme ich kann da Müllkorn machen Wofür braucht man Müllkorn? frag den Entwickler na Scotty? guck mal es du solltest in der Nacht drinnen bleiben es ist sehr gefährlich in der Dunkelheit umherzustreifen danke ich hab Schneewelle du hast Schneewelle her der hab ich auf Schnee gemacht geil hui 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 Augen haben keine Chance gegen meine Schneewelle Schneewellschlacht die Folge kriegt jetzt einfach den Titel Schneewellschlacht oder Rabbit fällt runter oder Rabbit stirbt Schneewellschlacht wieder mal und Schneewellschlacht Schneewell meld ach ich such mir einfach irgendwelche Namen aus wenn ich beim Rendern bin düm düm wie viele Parts wollen wir jetzt eigentlich im Stück aufnehmen? das ist mir begründet egal ich hab besitze was? ja ich hab besitze ich hab besitze machen jetzt einfach mal ok zwei auf einmal der schwert sieht geil aus ja das ist noch ein goldschwert guck mal ich habe ein banner bekommen also 50 der dämonen auge geht jetzt habe ich das hier bekommt ein banner wunderschön das ist wunderschön was können wir anfangen die wir die ganze zeit von den dämonen augen bekommen da können wir später glaube ich das beschwörungs item von boss machen das ist der erste was den man im lieben steht aber wir sind noch nicht ich kann julio tricks machen wir bräuchten wir bräuchten nur sechs linsen für dieses auge das müssen wir glaube ich an dem dämonen hat aber das sollten wir erst machen wenn wir eine wichtige rüstung dafür ich meine erzten und die ärzte finden wir nur im untergrund und im untergrund werde ich wieder durch fallschaden sterben was man schwer hast du gerade vollständig ich kämpfe eben mache ich dir mal ein eisenschwert ok ich packe mal wenn du willst kann ich ja auch das goldschwert weil wenn du willst behalte immer mehr ich habe besser das schwert ich habe irgendwann ein eisenschwert ja das habe ich dir zugeworfen danke ich will ich bin dafür dass wir noch mal in die wüste gehen wo war die noch mal in die andere richtung nichts kaputt machen ich baue und zwar kommen die ganze zeit ein falsches wie hast du es eingesammelt was habe ich eingesammelt also kleine flache stilchen holzplatten oder so ich habe ich habe holzklappen ja die habe ich ja so eingesammelt erwarten ich bin froh gemacht wenn wir das mal ich verstehe das mit den treppen nicht jetzt mach doch einfach treppe ist noch da ich denke gerade nicht nach ich schlage einfach los und ich darüber nach was wir jetzt wieder machen ja und ich bin gerade die fenster jungen umgekratzt ich muss nachschauen ob ich tüfen wie viel pizza da hab warum gehst du da nicht einfach hin du scheiß treffe warum baust du dich so zusammen und warum baust du dich so zusammen und kann man Prozent sei nicht so gut und auf die Treppe ich mein es nur gut mein es nur gut in den ich werde die Treppe in mein sag ich schon in Terrarien niemals ich hab mal tief manch ich hab 50 grunenschleimis 50 schleimis vernichtet und ich versuche weiter keine Treppe zu machen und ich kann nicht mehr wieder zurück weil es ist zu hoch ja wartet jetzt hab ich auch noch diese scheiß Tür abgebaut hey wo 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 okay ich stehe jetzt mal sicher und suche mir irgendwas bei twitter raus und mir wurde ein kommentar auf auf instagram geschrieben soll ich dir auch noch mal ein kommentar auf instagram schreiben ja bei mir war es jetzt nur seine antwort ja ich habe am ende irgendwie nicht mehr geschafft die haare dunkler zu bekommen oder war zu faul von tomoko hibari wow ich sag jetzt nicht zu welchem bild das war von ihr äh das können die leute wenn sie mich stalken wollen selber rausfinden ok jetzt geht's hier ist auf instagram right rebel seks 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 ich schau mal was in den twitter charts ist Okay. Und ich war so vor meinem Handy irgendwie zu reparieren, weil das... Wo war das noch? Ähm, hängt gerade. Queens. Ja, ich bin zu Fame und komme aber viel zu Fame danach. Ja. Also, mal sehen. Die Twitter-Charts sind Fernsehgarten Wolfsburg, Schönen Sonntag Bayern, Amateur-Derby Manuel Neuer, Baby vs. Schwester, Manchester City, Ask Taylor Can If und Endurance. Okay, cool. Ja, ich merke mich mal kurz. Du wirst angegriffen. Oh. Ah! Ich lebe. Was für eine Hörst du so einen komischen Eis-Lime-Din in der Wohnung? Das ist cool. Der ist jetzt unser neuer Freund. Yay, ich geh ihn mal töten. Unter Freude macht man schon sowas. Oh, du hast mich irgendwie... Äh... Es stehen auch Sachen drin, die ich mit anderen machen will. TheIronYoyo, NomNomJetting und Apple.com Manche Punkte sind sehr einfach. Schaust du gerade meine Instagram-Bilder an? Äh, Sommerliste. Meine Sommerliste. 17 Punkte. Alles kleine Herausforderungen, die ich bewältigen will, um etwas anderes zu machen. Das letzte... Ja. Ja, ich will ein paar Sachen machen. Es stehen auch Sachen drin, die... Okay. Ich weiß nicht, bei welcher Punkt du bist, aber du bist der Punkt, dass ich mit dir zusammen let's playen will. Ja, das hab ich schon verstanden. Äh, Punkt 17 irgendwas. Und ähm... Ging's da. Theo hat ein Herzchen und so ein Katzensmigchen hintergebracht. Ich weiß. Ja, das ist sehr... Und du hast auch mit dem Gleichen geantwortet. Ja. Und ich antworte jetzt auch mit der... Yeah. Okay. Ich fühle mich gerade total geehrt. Das heißt, ich will auch Eis. Anna ist mein Vorbild. Ich will auch Eis. Kein Alkohol. Raucht nicht. Der ist bewusst humorvoll. Du musst dir jetzt nicht alle meine Bilder vorlesen. Okay. Ich schlag deinen Charakter mit dem Jojo. Ey, wir können auch Nahkampf anmachen, aber mach ich nicht. Wir gehen so... Oh mein Gott, eine Ente! Oh mein Gott, ich werde sterben! Eine Ente! Jetzt seid ihr, zeigt weg! Entschuldigung! DO 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 analyst. Ganz. Ganz. Mann, ich komme gleich zu dir. Aber... Jetzt wird es an der Zeit, wieder die Folge zu beenden, weil wir jetzt auch wieder bei... Keine Ahnung, wie viele Minuten sind. Ich glaube, zu 26. Ich habe ungefähr auf die Uhr geschaut. Ja, aber als nächstes schaue ich erst mal, ob ich in meinem Keller in der Tiefkühltruhe Pizza habe. Ich habe Hunger. Also machen wir eine Aufnahmepause. Eine Folge noch. Okay. War gerade auf dem Weg zur Wüste. Ja. 20 Minuten, eine Folge. Okay. Vergesst nicht, follow the White Rabbit und wir sehen uns im nächsten Part. Tschüss. Tschüssi.